hallo und herzlich willkommen zum nächsten video hier auf dem kanal julius unterstrich 0 3 und heute möchte ich mit gern mit euch über ein paar andere autogramm ja ist klar und er fühlt sich jetzt schon wieder ganz lustig ich wollte euch nur sagen es kann sein dass heute meine star wars karten ankommen werden also es könnte sein dass ich heute das heute noch ein video kommt wo ich das paket öffne oder das päckchen die nach dbc ich weiß es ja überhaupt schon angekommen ist und ich wollte euch auch noch fragen was wollt ihr alles noch auf meinem youtube kanal sehen es könnte mit allen gaming 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 let's play ja was wollte ich auf meinem kanal sehen schreibt man alles in die kommentare schreibt hashtag ich möchte so und so sehen was kommt hast du noch irgendwas auf deinem kanal geplant keine ahnung ja bei mir wird es bei musikvideo geben vielleicht ja ich weiß noch nicht was es noch alles geben wird und guck nicht mal diesen depp mann der fühlt sich voll geil die weiter oben rum läuft das ist gerade übrigens nur so ein spontaner blog weil ich mir gerade nichts anderes einfällt der fühlt sich so nice ne gut dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten video wieder euch die glocke aktiv haste gleich genau das habe ich ganz vergessen und haste abonniert ja genau haste da nach oben da lassen haste abonnieren und haste glocke aktiv vergesst diese drei haste nicht ich schreibe euch die hashtags doch mal die video beschreibung auf jeden fall nicht vergessen jetzt muss ich aufpassen und ja dann würde ich sagen bis zum nächsten video aber nicht alle bitte genau pizza tv macht blaues profilbild blaue pizza kommt doch jetzt mit zu mir nach hause ich hab C 63 A wieso können wir zucken nein geht nicht ich hab heute football training wenn ihr wollt dass ich mehr videos mit mit pizza tv mache schreibt es mir in die kommentare genau hashtag mit pizza tv schreibt das in die kommentare wenn ihr wollt dass ich das einmal zu mir nach hause kommen ich habe c63 amg ja und das wird ein paar videos bei mir aufnehmen gut aber ich sagen war es das jetzt und ja bis zum nächsten video ja ich habe musik